Die Ukraine hat nach Darstellung von Präsident Volodymyr Zelenskyj drei weitere Siedlungen in der südlichen Region Kherson zurückerobert. Die von Zelenskyj in seiner abendlichen Videoansprache genannten Orte liegen alle nordöstlich der gleichnamigen Stadt. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor. Am Mittwoch hatte das Verteidigungsministerium in Moskau allerdings behauptet, die russischen Truppen könnten ihre Stellungen in der Region Kherson halten. Die Kämpfe in der ukrainischen Stadt Saporizhia hielten in der Nacht zum Donnerstag an. Infolge der feindlichen Angriffe sind in der Stadt Brände ausgebrochen, teilte der Gouverneur der Region auf einem Kanal des Dienstes Telegram mit. Mindestens zwei Menschen seien getötet worden, sagten die Behörden später. Mehrere Wohnhäuser seien durch den Beschuss beschädigt oder gar zerstört worden. Am Mittwoch hatte der russische Staatspräsident Wladimir Putin russischen Medienberichten zufolge das Atomkraftwerk Saporizhia zum Besitz der russischen Föderation erklärt. Dazu habe er ein Dekret unterzeichnet, meldete die Nachrichtenagentur RIA. Das AKW wird von Russland kontrolliert, aber gegenwärtig von ukrainischen Technikern betrieben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017